Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Die Adler Mannheim sind nicht mehr weit vom Finale entfernt. Urheberrecht Getty Image. 7. April 2019, 10.30 Uhr. Die Adler Mannheim haben gegen die Kölner Haie zwei Siege auf dem Konto. Mit einem weiteren Sieg ist das Finale zum Greifen nah. Sport 1 zeigt Spiel 3 live im TV.